Jo, hallo und willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal Inkev. Ja, ich wollte gerade sagen AlphaKamen Plus, aber das ist tatsächlich gar nicht der AlphaKamen Plus Kanal, Mann. Wenn du drei Kanäle hast, dann kommst du manchmal so ein bisschen durcheinander. Wir gucken uns jetzt das Video hier aus Kroatien an zu Shur Koka. Warum nicht Shur Joka? Hat der aus Versehen? Ich glaube, er hat aus Versehen verkackt. Shur Koka hetzt gegen Kronk, Tansi vs. Mois. Wir gehen da einfach mal rein. Ich bin gespannt, weil schon wieder gegen Kronk. Na ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Tatsächlich ist das ja hier kein Livestream, deswegen muss ich mich jetzt nicht fürchten, dass ich direkt einen Bann bekomme von der lieben Shur Joka oder beziehungsweise von Askaron. Grüße gehen raus. Danke, Askaron, an der Stelle. Und ja, wir schauen uns das mal an, was Kron.TV dazu sagt. Okay, herzlich willkommen zu den heftigsten News in YouTube-Deutschland. Okay, aber er war feiern. Er war feiern oder er ist krank, je nachdem. Herzlich willkommen zu den Cake-News. Okay, naja, er ist krank, glaube ich. Und ja, ich bin krank. Tanzverbot hat Stress mit Mois und wurde von diesen bedroht. Tanzverbot hatte eigentlich eine sehr kluge... Ey, ich fiel das 100%, ich hab das so oft. Das, was er hat, hab ich übel oft. Und dann hol ich mir immer diese Lutschtabletten auf, wie hießen die nochmal? Gelo Revoice. Gelo Revoice ist ein Gamechanger für solche Videos. Deswegen, Kron.TV, gönnt ihr das mit Holunderblüte ohne Menthol. Sehr angenehm. Ist ein bisschen schleimig. Mag nicht jeder. Ich mag das extrem. Könnte ich mir auch so zum Snack reinziehen. Und dann ist die Stimme besser. Luge Idee, wie er seine Follower auf TikTok erhöhen konnte. Dazu hat er in einem Stream nämlich das hier gesagt. Junge, wie entwickelt sich das? Junge, ich chill einfach nur auf TikTok, verschick ein paar Rosen. Dachte mir so, ja, vielleicht, ich bin ja außerhalb ein bisschen bekannter vom Gesicht her. Okay, was ich am geilsten an dem Video finde, ist, dass hier rechts ein Video von Inke vorgeschlagen wurde. Nice, ja, der Algorithmus ist am Start. Und vom Namen her vielleicht, auf TikTok kennt mich noch keine Sau. Ich dachte, ich pushe mich ein bisschen dadurch. Junge, ich werde bald gepackt, Mann. Was ist das denn? Was ist das denn, Mann? Anis, die Ex-Frau von San Diego, die zwar noch vor ein paar Wochen gesagt hat, nein, ich werde doch keine Influencerin, die jetzt aber trotzdem aktiv Influencerin geworden ist, streamen die mich hin und wieder auf TikTok. Und Hans Verbot dachte, ich kriege bestimmt Follower, wenn ich dir ein paar Spenden da lasse. Ja, das Ding ist, das Ganze wurde jetzt nicht so positiv gesehen. Sowohl die Community von Mois hat ihn irgendwie bedroht, beleidigt, macht ihn die ganze Zeit fertig. Aber selbst Mois... Ja, das zeigt aber auch, wie asozial die Community von Mois ist. Also bei dem kann man wirklich sagen, dass die Community asozial ist. Weil wer immer noch hinter dem steht, nachdem was öffentlich wurde, der kann ja nur asozial sein. Also du kannst ja nicht ziemlich menschlich im Kopf sein, wenn du immer noch eine Mois nach den ganzen Skandalen verfolgst und den pushst. Das kann nur irgendwas im Hirn schiefgelaufen sein. Dementsprechend, ja, das ist halt komplett krass. Und dann Bedrohungen zu bekommen, ist halt noch krasser. Es hat bei Instagram... Übrigens, ich bin übster Allmann. Ich würde das alles anzeigen. Wenn jetzt hier irgendjemand mir eine Drohung schickt und ich sehe das, dann werde ich das meinen Anwalt weiterleiten. Jetzt bekommt die schon Schiss, wenn die schon eine Bedrohung reingeschickt haben. Nein, aber sowas, finde ich, gehört schon angezeigt, stellenweise. Außer es ist jetzt so wischiwaschi, aber jetzt so Bedrohungen an für sich, finde ich, kann man schon mal, ja, rechtlich belangen. Graham Tanzverbot ein paar Nachrichten geschrieben, und zwar diese hier. Jetzt zu der Mois-Sache, ist ja ganz schnell erledigt hier. Mois hat mir daraufhin geschrieben, warte ab wegen den Rosen. Wir können die Sache klären. Mach ein Entschuldigungsvideo in deiner Insta-Story und markier mich. Bro. Feindmarkierung. Also keine Ahnung, wie ernst ich das nehmen kann in so einem momentanen Zustand, aber das hat er wirklich geschrieben. Auf seinem Account. Mit seinen Storys. Ja, passiert ist natürlich logischerweise noch nichts. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas passieren wird. Ich glaube, wenn Mois anfangen würde, alle diese Leute anzugreifen, dann wäre das wirklich die größte Deutschland-Tour, die wir je gesehen haben. Finde ich aber von Mois auch voll unnötig. Bruder, er hat da, ich glaube, er hat da 10 Euro dagelassen oder so. Ein bisschen chillen. Ich glaube, die ist ein bisschen mehr wert. Aber ich bemerke tatsächlich auch gerade generell, dass vor allem auf TikTok, aber auch generell in der Internetszene, irgendwie der Ruf von Mois in letzter Zeit irgendwie wieder sehr weit nach oben geht, während vor allem Manis, aber auch San Diego irgendwie immer negativer gesehen werden. Obwohl Mois halt immer noch der komplett Kranke ist und nicht... Ja, das ist, also ich finde, das zeigt, wie kaputt die Gesellschaft ist und wie groß. Ich glaube wirklich, der Frauenhass auch ist. Wirklich. Du musst mal schauen, bei diesem TikTok-Stream ist es auch aufgefallen. Die haben alle Kach drunter geschrieben, alle Kach. Also das, was Mois immer so als Beleidigung gegenüber Anis sagt, haben alle drunter geschrieben. Und ich denke mir auch so, Alter, seid ihr eigentlich komplett dämlich? Also habt ihr irgendwie komplett einen Volltreffer? Aber wirklich, die sind... Also das ist... Wirklich, anstatt Shoyoka damals sagt, jo, das ist Peak-Misogynie und das geht gar nicht. Macht sie das bei Kronke. Das ist stark. Also hier Shoyoka, hier hast du sogar mal ein Thema, wo du es sagen kannst, wo du dich wirklich mal für die Frau einsetzen kannst, weil das absolut viel zu weit geht. Anis oder San Diego. Da hatte ich auch mal überlegt, ob ich dazu noch ein eigenständiges Video mache. Falls ihr darauf Bock habt, dann schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und was ihr auch in die Kommentare schreiben müsst, was denkt ihr, wer würde einen Boxkampf gewinnen? Tanzverbot oder Mois? Schreibt es in die Kommentare. Und wir kommen zum nächsten Thema. Wenn ihr allerdings auch von Mois habt, dann habe ich eine Idee für euch. Ihr müsst einfach ordentlich trainieren. Und was eignet sich dazu besser als die Supplements von Neosab? Die haben nämlich momentan einen heftigen Sale am Start. Alles auf deren Webseite ist gerade um bis zu 50% vorreduziert. Und kommt mal ein bisschen näher, ich habe noch einen Tipp für euch. Ich habe was für euch rausgehandelt. Mit dem Code KuchenTV. Bekommt ihr nochmal 10% Rabatt obendrauf. Und ab einem Mindestbestellwert von 60 Euro, bekommt ihr die 500 Gramm Packung Kreatin gratis dazu. Kreatin eignet sich wirklich perfekt, um das vor dem Sport einzunehmen. Ohne Kreatin fühlt sich Training so an, als wenn man im Fitnessstudio ist und es sind wirklich gar keine Frauen da. Mit Kreatin habt ihr aber gefühlt die 500-fache Power beim Training. Oh, 25. 26. Ich glaube, das ist auch eine Kopfsache. Ich glaube, das ist auch so eine Einstellung. Ich hatte das mir auch eine Zeit lang, als ich wirklich sehr aktiv Sport gemacht habe, muss ich auch sagen, das ist schon drei Jahre her, nee, vier Jahre muss es schon her sein. Da habe ich mir auch Kreatin immer mal genommen. Aber keine Ahnung, ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Wenn du mit dem Kopf dabei bist, dann kannst du auch so deine Leistung erreichen, auch ohne Kreatin. Aber für uns sonst würde es das ja auch nicht geben. Ja, Mann, viel und unsauber, das ist das Ziel. Unter anderem wurde auch... Das stimmt, das stimmt. Lieber viel, aber dafür unsauber. Das Vision Wave von 30 Euro auf etwas über 20 reduziert. Das Ganze zu nutzen ist doch ziemlich einfach. Ihr nehmt einfach den Shaker von Neosabs, macht einen Esslöffel rein, füllt das Ganze mit Wasser oder Milch auf, dann wird das Ganze getrunken, es ist sau lecker, es geht runter wie Öl. Ebenfalls reduziert sind diese Crosspop-Riegel hier. Die kosten in der 18er-Packung jetzt keine 32 Euro mehr. Sondern nur noch 20. Die kann man wirklich perfekt vor oder nach dem Training einnehmen. Oder irgendwann in der Zwischenmahlzeit, um seine Proteine zu erhöhen. Ich hab echt durch die Krankheit abgenommen. Für die Feinschmecker gibt es auch die Proteine. Ey, er hat zugenommen. Die Milchshakes. Alle Sorten sind von 40 auf 25 Euro reduziert. Ihr würde mich wirklich wahnsinnig unterstützen. Wenn ihr jetzt auf den ersten Link in die Beschreibung geht, alles was ihr findet in den Warenkorb packt, das Geschenk einfügt, den Code Kuchentee vor ein gebt und am Ende mindestens mal so muskulös werdet wie ich. Das ist nicht ganz so einfach. Ich hoffe, wir sehen uns im Gym und wir kommen zum nächsten Thema. Shoyoka hat am Freitag endlich wieder Kuchenfels gemacht. Ich heule gleich so viel kostenlosen Content. Wirklich, ist es so schön. Auf jeden Fall. Es ist wirklich, sie ist eine Woche weg. Es ist nichts passiert. Wirklich, rund um Shoyoka ist ja eigentlich nichts passiert. Also rund um Shoyoka schon, aber jetzt direkt bei Shoyoka ist nichts passiert. Sie kommt wieder und es passiert wieder so viel. Sie könnte theoretisch auch einfach so, sie könnte sich einfach zurückziehen und alles ist gut. Oder einfach ihr Gaming-Content machen. Oder einfach über andere Themen sprechen. Aber sie macht es die ganze Zeit als Thema so und spricht der Corona voran und allem Möglichen. Und auch Gronkh und auch Rezo und auch Alpha Kevin und wen auch immer. Hauptsache, sie ist da wieder im Gespräch, was es angeht. Wirklich, einen anderen Nutzen sieht man doch da drin schon gar nicht mehr. War das mal wieder ein kompletter Meltdown-Stream. Hier in diesem Teil kümmere ich mich aber nur um die Aussagen, die sie zu Gronkh getätigt hat. Werde irgendwann sicherlich noch ein eigenständiges Video zu den ganzen anderen Sachen machen. Shoyoka hat ja bereits vor ein paar Wochen Lügen über Gronkh erzählt, um ihn irgendwie fronten zu können. Damals hat sie in einem Stream das hier erzählt. So das Kommentar, in dem Gronkh suggeriert... Danke. Danke, KurenTV, dass du die Quelle einblendest. Ansonsten könnte ich jetzt natürlich hier auch ganz... Habe ich sogar extra hier jetzt noch reingestellt. Hier, machen wir mal Twitch.tv slash Shoyoka. Natürlich, natürlich, wir sind da auch am Start. Wir sind da am Start. Oh, das ist sogar... Oh, ich glaube, das hat er sogar von mir genommen. Den Ausschnitt hat er sogar von mir genommen, weil das so unscharf ist. Ja, naja, oh, KurenTV bezieht sich auf Recherche, Kevin. Oder nur auf Twitter-Beiträge. Kritisch. ... dass in der Skoros-Shoyoka-Thematik sicher Shoyoka, die ist gelügt. Das ist halt Peak-Mysogynie. Das ist Peak-Mysogynie, einfach mal grundsätzlich davon auszugehen, dass die Frau sicher die sein wird, die lügt in einer Situation, von der man keine Ahnung hat und bei der man nicht anwesend war. Im Zweifelfall die Glaubwürdigkeit der Frau angreifen. Und obwohl wirklich jeder Influencer, wirklich jeder, Alpha Kevin, KuchenTV, die ganze Twitter-Szene gesagt hat, Bro, er meinte nicht diese Skoros-Situation, nutzt sie das immer noch. Denn eigentlich ging es Gronkh um folgende. Ich habe jetzt diese ganze Shoryoka-Freiraum-Reh-Geschichte, zum Beispiel, die habe ich einfach mal liegen lassen. Ich hätte sicherlich auch was dazu beitragen können, weil es wurden ja anfangs auch einige Worte über mich verloren. Einige gelogene Worte möchte ich dazu erwähnen. Und ich vermute mal bewusst gelogene Worte. Ich gehe davon aus. Das war es mir nicht wert, sage ich euch ganz ehrlich. Ich möchte, von welcher Seite gelogen? Ja, da gab es nur eine. Welcher Partei? Es war die, es war, in dem Fall war es Shoryoka. Er hat ja ganz klar von sich geredet, von den Sachen, die über ihn erzielt worden sind. Wie kommt Shoryoka überhaupt? Ist das egal? Gronkh hatte sich nach den ersten Male, wo sie das erzählt hat, Ja, also ich glaube, oh, ich habe, oh, guck mal, wie gut ich abgedingst habe. Hier, guck mal, diese Rillen. Oh, übelstark hier auch. Oh nee, das kotzt mich richtig an. Aber das ist nie gerade, ne? Das ist so ein richtig, das nervt mich, das Muster. Aber egal. Ich glaube, Shoryoka möchte, also das ist jetzt mein Empfinden, ich glaube, sie möchte unbedingt auf Krampf, Hate oder so, es ist wie Ragebait, dass sie überhaupt sowas wieder anspricht. Weil sie wurde schon letztes Jahr dafür hart kritisiert, dass sie irgendwas über Konk erzählt. Und jetzt dieses Jahr kommt sie schon wieder mit irgend so einem Schwachsinn. und keiner kann es nachvollziehen, warum sie das sagt. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Sicher einfach drüber lustig gemacht. Er hat sowohl im Stream irgendwas dazu gesagt und es gab auch diese Einblendung hier, die ich, by the way, wirklich super lustig finde. Aber Gronkh hat halt recht. Du kannst eine Shoryoka ja wirklich einfach überhaupt nicht ernst nehmen. Jetzt hat Shoryoka allerdings sowohl in ihrem Stream von Freitag als auch auf Twitter was dazu gesagt. Das auf Twitter wurde komischerweise gelöscht, aber da kümmern wir uns gleich zu. Was hat sie denn jetzt im Stream wieder gesagt? Ganz wichtig, twitch.tv slash Shoryoka. Steht auch unten. Ganz, ganz wichtig. Das ist mir das Allerwichtigste. ...belästigt werde und ein Gronkh in seinem Livestream vor 20.000 Zuschauern sagt, er glaubt ja, dass eine Seite gelogen hat und dann sehr klar kommuniziert, dass Shoryokas Seite gelogen hat. Und dann gibt es ein Gericht, das bestätigt, dass ich belästigt wurde und das bestätigt, dass alles, was auf der Gamescom stattgefunden hat, passiert ist und ein Gronkh sich danach nicht dafür entschuldigt, dass er mich öffentlich der Lüge bezichtigt hat, sich nicht zu entschuldigen, nachdem ein Gericht das bestätigt hat, ist absurd und frauenfeindlich. Er muss mir was dazu sagen. Um Gottes Willen. Um Gott. Er hat es immer noch nicht verstanden. Wenn du eher bereit bist, einem Skurrus zu glauben als einer Shoryoka, dann ist das internalisierte Misogynie. Nee. Wisst ihr, dann ist das eher ganz schön hart. Weil Skurrus hatte echt einen schlechten Ruf vor der Shoryoka-Thematik und nach der Shoryoka-Thematik dachte man sich so, okay, der ist um einiges smarter als Shoryoka. Und da sollte man sich vielleicht einmal Gedanken machen. Und das, obwohl Skurrus wirklich einen schlechten Ruf hatte zu der Zeit. Ja, auch bei mir. Also ich war jetzt auch nicht der allergrößte Fan. Wir haben uns mittlerweile ausgesprochen. Alles ist gut, wirklich ohne Scheiß. Mit Skurrus habe ich kein Problem. Aber da muss man sich doch mal die Gedanken machen, warum das so ist, warum ein Skurrus besser wegkommt von der ganzen Sache als eine Shoryoka. Vielleicht sollte man sich einfach ein bisschen anders verhalten, ein bisschen anders über gewisse Themen reden und vielleicht mal nicht einen Kronk zu irgendwelchen Sachen beschuldigen, die keinen Sinn ergeben. Ah ja. Also mit ernsthaft? Wirklich, man muss Skurrus echt nicht mögen. Ja. Ist okay. Man muss auch eine Shoryoka nicht mögen. Aber ganz ehrlich, wenn man die beiden nebeneinander stellt, dann glaube ich doch eine Skurrus, also sorry, aber bei den ganzen Sachen, die ich von Shoryoka jetzt schon gehört habe, dann ist ein Skurrus doch hundertmal glaubwürdiger bei dem, was er erzählt. Ich weiß wirklich nicht, wie man einer Shoryoka noch erklären soll, dass nicht die Skurrus-Thematik gemeint wurde. Ich blende sogar schon das Original von Kronk ein, wo er das sagt. Andere Influenzen haben das gemacht und sie checkt es einfach nicht. Also das ist nach auch schon wieder perfekt. Oh, guckt euch das doch mal an. Zack, die Linie geht runter. Nee, aber sie weiß es, dass sie, also ich habe ein Video dazu gemacht, offensichtlich wird sie es auch gesehen haben. Sie weiß es, dass damit Kronk nicht Skurrus meinte beziehungsweise es auch gar nicht gesagt hat und trotzdem argumentiert sie immer noch rund um diesen Punkt herum. Und ich denke mir auch so, Mann, warum, 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 was habe ich getan? Das fragt man sich die ganze Zeit. Warum? Es ist so dumm, es ist so blöd. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also klar, sie ist jetzt noch nie eine, die bei der Wahrheit geblieben ist, aber wenigstens bei Kronk könnte man das doch einmal machen oder nicht? Und da kommen natürlich auch noch mehr Vorwürfe obendrauf. Unter anderem hat sie dann auch noch das hier gesagt. Wenn du an einem Punkt bist, wo du einem Skurrus recht gibst und eher glaubst, dass ein Skurrus in irgendeiner Weise Ahnung von irgendwas hat, dann bist du entweder ignorant oder maximal politisch umgebildet, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich meine, nehmen wir jetzt einfach mal an, Kronk hätte die Skurrus-Thematik gemeint. Was hat es bitte mit politisch umgebildet zu tun? Das, also ich blicke das nicht, das ist wieder diese typische Shrioka, die sich selber innerhalb eines Fronts irgendwie als gehoben, sag ich mal, darstellen möchte, indem sie sagt, ja, also wenn Kronk das nicht versteht, das ist ja im Gegensatz zu mir, weil ich bin sehr klug, einfach politisch umgebildet. Was hat das mit politisch gebildet zu tun? Welcher Person du da glaubst? Digga, das macht wieder über... Also wirklich, das hat ja auch nichts mit Politik zu tun. Es ist so lost. Die versuchen sich irgendwelche Punkte rauszuziehen, um jemanden zu, irgendwie schlecht zu reden und so weiter. Und ja, ich befürworte das auch nicht, wenn man ein sehr krass rechtliches Gedankengut irgendwo in die Welt setzt oder so. Also wenn man das jetzt interpretieren mag bei irgendwelchen Creatern. Aber wenn der nun mal mit Punkten recht hat, kann man entweder die Klappe halten oder sagen, okay, an dem Punkt hat er auch mal recht. Aber es ist so wirklich dieses, okay, dann ist alles falsch, was gesagt wird. Weil der hat ein Recht an sich oder der neigt mehr rechts als links und dementsprechend ist das alles jetzt falsch, was der erzählt. Und politisch umgebildet und bla bla bla. Und ich denke mir auch so, bitte, Schoyoka, du machst ohne Scheiß, Schoyoka zieht die linke Seite, weil Leute ihr Verhalten mit links so ein bisschen vergleichen oder sagen, okay, yo, Schoyoka steht für links und dementsprechend, ja, so sind die Linken eingestellt. Ich denke mir auch so, Alter, damit zieht sie doch die linke Seite komplett runter und die Leute, die werden eher nach rechts gezogen oder die wollen halt nichts mit links dann so zu tun haben. Das ist das Gefährliche bei dem Content auch von Schoyoka, finde ich persönlich. Sogar den, ihr müsst euch überlegen, sogar ein Martin Sellner, ja, der Typ ist übel rechts und der sagt es auch und der hat damit auch kein Problem, so der steht auch dafür. Der Typ ist übel rechts und selbst er bedankt sich auf Twitter bei Schoyoka für das, was sie macht. Also wirklich, also selbst er findet das gut, was Schoyoka macht, weil er weiß, sie pusht damit auch die Leute, die rechts sind oder die Leute werden immer härter so in ihrem Handeln. Das muss doch irgendwann mal ankommen, dass ihr Verhalten wirklich nicht das, also nicht das vermittelt, was sie eigentlich vermitteln möchte. Ich denke ja, an und für sich hätte sie vielleicht ja gute Punkte, würde sie es nicht so überradikal machen, aber sie macht das so überradikal und ist auch so hypersensibel dann wiederum und wirklich, sie schadet der ganzen Angelegenheit, für mich persönlich extrem. War überhaupt keinen Sinn, Hauptsache. Es ist natürlich eine Meinungssache, ja, also es ist hier auch ein Meinungsblock auch von mir, beziehungsweise in Rachel, wo ich meine Meinung sage, also es ist meine persönliche Sicht, jeder kann es natürlich anders sehen, aber ich denke, ihr könnt es doch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, ich denke, es ist nicht schade damit, der linken Seite brutal und selbst Leute, die links sind und ich würde mich auch als progressiv bezeichnen, die kommen da gar nicht drauf klar, ja und die wirklich, man schämt sich da schon so ein bisschen dafür, für so ein Verhalten. Irgendwelche Schlagwörter benutzt, vor allem finde ich es auch lustig, weil sie sagt einfach, also wer ist groß, glaubt der, ist einfach misogyn, ah ja, alles klar. Jetzt kommt allerdings das Härteste und zwar hat sie dann noch das hier gedroppt. Und was das bei mir ausgelöst hat, als Erik dann mich als Lügnerin bezeichnet hat in dem Fall, wo ich belästigt wurde, mit was 18, 19 Jahren auf der Gamescom von jemandem, der Mitte 20 ist, während zum damaligen Zeitpunkt Fotos von mir als Minderjährige, als Revenge-Porn rumgingen in der gleichen Szene. Das ist nämlich der Kontext zu der Gamescom-Situation. Der Kontext ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt suizidal war, dass ich in Therapie war, weil Revenge-Porn von mir verbreitet wurde, auf dem ich minderjährig war, von Influencern, dass ich mich jahrelang nicht zu Events getraut habe und Angst davor hatte, wie Influencer auf mich reagieren, weil mich die halbe Influencer-Innen-Szene nackt gesehen hat, auf Bildern, wo ich 15 und 16 Jahre alt bin, ich mich dann zu dieser Gamescom hingetraut habe, mit dem Support von damaligen Freundinnen und dann die Kackscheiße mit Skrulls passiert ist. Das ist der Kontext. Und ich in diesem Ausschnitt, in dem er mir in den Ausschnitt gefilmt hat. Und das ist halt wirklich einfach absolut ekelhaft. Also erst mal, dieser ganze Kontext, den sie da nennt, der ist für diese Situation, ob Skrulls das getan hat oder nicht, vollkommen egal. Ja, ja. Vielleicht hat auch Skrulls das damals gerade nicht mitbekommen. So, also selbst wenn das jetzt passiert ist, vielleicht hat auch Skrulls das nicht mitbekommen, dass das mit 15, 16 bei ihr so passiert ist. Also, wie soll er das denn riechen oder erahnen? Also, außer er wusste genau davon Bescheid und sie wusste es, dass er es wusste und bla bla bla. Aber wie gesagt, so in dem Falle hat es doch gar nichts damit zu tun. Es ist aber, ja, ey wirklich, das wird immer noch schlimmer gemacht. Es sind genauso wie diese, auf Twitter postet sie immer so diese ganzen Schlagwörter, die so brutal negativ sind, aneinander, um zu zeigen, wie schlimm die Person ist. Und ich denke mir auch so, Alter, bitte noch mehr überdramatisieren, bitte noch schlimmer machen, ja. Bitte, wirklich, sie sagt einfach, ich bin eine, ich bin gefährlich für die Demokratie oder eine Gefahr für die Demokratie, bezeichnet es so zu mir und auch zu Kuchen. Ich kann es doch nochmal genauer sagen. Ich denke mir auch so, Alter, willst du Stress, also willst du wirklich, also willst du Hate bekommen? Also alles andere ergibt für mich Känzeln. Also erstmal möchte sie, dass ich entmonetarisiert und gedeplatformt werde und sie sagt, komplett, aber den Kuchen, Alpha-Chan und so weiter sind halt unfassbar gefährlich für unsere Demokratie. Alter, ich stehe übel für demokratische Werte und sie postet sowas. Sie hat keine Ahnung von mir. Sie schreibt einfach, wir sind gefährlich für die Demokratie. Ich glaube, diese Frau wirklich, ihr muss geholfen werden. Also wirklich, das hat noch, also sowas hat noch niemand zu mir gesagt, weil jeder, der mich kennt, der weiß ganz genau so, also ich vertrete extrem demokratische Werte und das ist wirklich einfach nur absolut maximal absurd. Schwer, wirklich diese, ich verstehe immer mehr, warum die Leute, warum die Leute immer immer härter werden im Kritisieren, was es angeht, weil es wirklich nur noch absurd ist. Das ändert doch überhaupt nichts an diesem Clip. Dazu kannte man den Kontext zu der Zeit ja noch gar nicht. Also du wirfst den Gronkh dann jetzt quasi vor, dass er diesen Kontext, den er nicht kennen konnte, nicht kannte und sich deswegen eine Meinung gebildet hat, die dir nicht passt. Also ich verstehe das nicht. Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Das kann niemand nachvollziehen. Dann kommen wir auch noch mal zu diesen Fotos, die da rumgehen. Angeblich haben ja voll viele Influencer sie nackt gesehen. Jetzt auf einmal sind es nackt Fotos. Vorher waren es immer, selbst bei der Tobias Hochsage und so, freizügige Fotos. Sie selber hat in Streams früher schon das hier gesagt. Das Pech und das Problem, dass ich mit 16, 17 freizügigere Bilder quasi an einen damaligen Freund von mir verschickt hatte, die im Nachhinein betrachtet nicht einmal ansatzweise schlimm bin, auch nicht pornografisch, sondern einfach freizügig. Mir wurden diese Fotos ja auch mal zugeschickt. Ich habe die Person übrigens auch direkt angezeigt. Also bitte schickt solche Fotos nicht weiter. Das ist absolut respektlos. Das geht gar nicht. Aber was ist das denn? Hier sagt sie sogar, das ist gar nicht weiter schlimm oder so. Hä? Geht gar nicht. Also was ist das? Hä? Sie redet sie von einem anderen Fall und sie hat noch einen anderen Fall gehabt mit Nacktbildern? Also ich check gerade gar nichts mehr. Aber das, also entweder es gibt jetzt plötzlich noch andere Fotos oder sie lügt hier einfach, um Gronkh noch negativer framen zu können. Das Lustige ist, sie nutzt jetzt halt wieder diese ganzen negativen Sachen, die ja angeblich passiert sind, also mal unabhängig von den Fotos, um sich wieder in so eine Opferrolle zu packen und dann irgendwie Gronkh damit zu framen. Also ich sehe auch den Sinn nicht. Also die vermischt hier ganz viele verschiedene Sachen miteinander, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil sie wieder in so einem Rage-Talk gegen Gronkh ist. Ich verstehe diese Frau nicht. Gronkh ist natürlich so wie wir ihn kennen, mal wieder sehr lustig darauf eingegangen und hat folgendes auf Twitter gepostet. Typisch Gronkh. Das ist mal wieder so piek. Müsusup. Junge, ich liebe den Typen einfach, ne wirklich. Schoyoka hat dazu dann auch noch ein Statement auf Twitter abgegeben, was sie aber komischerweise wieder gelöscht hat und obwohl sie ja sonst immer von anderen erwartet, dass man Fehler einsehen soll, hat sie das irgendwie auch nicht richtig gestellt oder auch nicht gesagt, was da los ist. Erstmal hat sie natürlich wieder gesagt, dass das alles ja eine Lüge und Framing und so weiter von Gronkh ist. Ey, dass Schoyoka alleine das Wort Framing benutzt, ne. Dann hat sie Das ist wirklich, das ist doch sehr, sehr ironisch. ihm sogar ein klärendes Gespräch angeboten und Gronkh hat sie einfach ignoriert. Das ist unfassbar. Also eine Schoyoka würde sowas zum Glück nicht über Jahre machen. Also alles in Ordnung. Dann hat sie noch seine Community angegriffen, weil die angeblich so einen Community-Note bei einem anderen Tweet von ihr eingefügt haben, der by the way auch komplett richtig ist, aber Schoyoka möchte das nicht wahrhaben. Für sie ist es dann natürlich ein Missbrauch der Funktion. Ich glaube, da hat auch Dave übel rumgeheult und hat sich darüber beschwert. Oh, warte ganz kurz. Ah, hier steht sogar was mit meinen MMO, aber ich glaube, meine MMO, die sind immer so übel pro Schoyoka, muss ich sagen, das, was ich bisher so gelesen habe. Gibt es wieder einen neuen Artikel über mich? Oh, das muss ich noch gucken. Oh, wir können wieder so, es gibt wieder viel Content für Alpha Kevin Plus, Leute. Checkt den Drittkanal ab. Da kommt jetzt so viel, da wird auf jeden Fall noch viel Content in Zukunft kommen, wo es über mich geht, weil derzeit wirklich bei den Leuten brennt der Helm. Die wollen unbedingt, dass ich jetzt hier mit am Start bin und ich nutze natürlich jetzt auch die Gelegenheit, da auch ein bisschen Content auf dem Alpha Kevin Plus Kanal zu produzieren. Deswegen checkt da den Kanal ab. Mich auch interessieren, woher sie weiß, dass es von der Gron-Community kommt, aber okay. Vor allem schreibt sie auch einfach dazu, ja, weil die meinen Inhalt in Frage stellen. Also, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist wirklich Shuyukas Inhalt in Frage stellen. Und in den letzten Tweets hat sie sich dann natürlich wieder in die Opferrolle gesteckt. Ja, was auch sonst? Wie gesagt, Shuyuka ist jetzt ja nicht bekannt dafür, bei der Wahrheit zu bleiben. Und wenn die jetzt das bei mir, Tobias Hocho, das Skurrus macht, wir sind in der Auseinandersetzung, sie hat keine anderen Punkte, die sie nennen kann, okay, soll sie halt machen, ist ja geiler Content. Aber ich blicke jetzt halt wirklich nicht, dass sie Gron einfach seit Monaten das ja so nicht mal gesagt hat. Ich weiß nicht, wie oft man ihr das noch erklären soll, dass das, was Gron gesagt hat, nicht auf die Skurrus-Thematik bezogen war. Und also, ich weiß auch nicht, was sie denkt. Ja, weil vor allem das Ding ist, jeder hat es gecheckt, außer gefühlt nur sie oder ihre Seite. Und das Video, also sie muss es doch mal gesehen haben, mein Video allein, ja, und ich bin jetzt nicht so ein, ich habe keine Millionen Abonnenten, mein Video allein zu dieser Angelegenheit hat 250.000 Aufrufe. Das muss sie doch mal, das muss sie doch mal realisieren. Und fast nur Likes. Das muss sie doch mal realisieren, dass sie dann nicht im Recht ist mit ihrer Ansicht. Boah, diese Frau, es ist wild. Es ist wirklich wild. Damit erreicht, wirklich. Es ist einfach absolut peinlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht, sobald ich dann wieder gesund bin und streame. Gucken wir uns das Ganze auf jeden Fall an, wird lustig. Und das waren die News von dieser Woche. Es ist safe noch mehr passiert, aber ich bitte... Aber es ist so viel mehr passiert, Leute, ich komme da gar nicht hinterher. Ich weiß gar nicht, wie ich das von hier aus machen soll. Es passiert immer so viel Mist, wenn ich gerade im Urlaub bin und unterwegs bin und gar nicht so viel aufnehmen kann. Das ist immer sehr, sehr verrückt, aber ich versuche trotzdem hier mein Bestes zu geben. Ja, aber gutes Video. Links in der Beschreibung. Checkt das unbedingt ab. Das kommt jetzt zum Video von KurenTV. Und schreibt mal bitte in die Kommentare als Algorithmus-Kommentar Peak Misogynie. Misogynie. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben es hier mal wieder mit absoluten Frauenfeindlichkeiten zu tun. Also unfassbar, wirklich. Ich komme nicht darauf klar. Es ist wirklich jedes Mal das Gleiche. Ja, also ich werde auch daraus mittlerweile nicht mehr schlau. Ich weiß nicht, was ihre Gedanken so sind, aber definitiv sind die für mich nicht nachvollziehbar. Ja, Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wie gesagt, links in der Beschreibung. Dort kommt es zum Video von KurenTV. Ich wünsche euch jetzt noch was. Macht es gut dort rein. Und ja, steck ich ans Weckchen auf euer Alphakim. Und tschau. Und checkt unbedingt meinen Alphakim-Plus-Kanal ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Da halte ich euch jetzt immer auf dem Laufenden, was das Thema angeht.